Ich bin dann erstmal raus für das Projekt, ich äh, lasst auf jeden Fall eine positive Wellung da, ich äh, ja. Ey, aber zumindest hast du die meisten Kills aus dem Team. Auf jeden Fall, ja. Also, M&I hat nicht geklappt, aber die Kills, das war insane, also muss man auch an dieser Stelle sagen.